so herzlich willkommen zurück zu minecraft hardcore mit dem team wedg bzw was davon halt so dabei ist nämlich der jan ja und ich wir werden jetzt erst mal da weitermachen wo wir jetzt aufgehört haben ich müsste glaube ich hier weitermachen draußen da so weizen gedingsel fällt ich suche in der zeit ein bisschen dias weiter nehme unterwegs laber mit damit wir auch langsamer an das obsi portal kommen alles klar hört sich gut an auf dieser ebene das geräusch ist doch schön das ist jetzt echt ein witz oder was denn das ist schön ist ich habe jetzt angefangen neuen gang zu bauen gegenüber direkt halt wenn du runter kommst anstatt nach rechts halt nach links zwei blöcke direkt hier ok ja ist gekauft ne also das ist genau so ah ja da war mein eimer direkt nach vier die jetzt coole sache und dann erst mal auf ja hier ist ja noch außerhalb seitlich wir haben mich jetzt beschlossen ein bisschen im voraus auch aufzunehmen da jetzt ja ansteht wir beide dann wissen dass wir nicht ganz so viel zeit für aufnahmen finden werden also du du machst ja dann deine aufnahme dazu aber ja richtig genau da werde ich mal schauen vielleicht habe ich das direkt am donnerstag dazu was zu bringen aber das kann ich nicht garantieren das hinkt dann eher von einer verfassung ab aber auch beschlossen donnerstag keine uni für mich ja moment eben ganz ruhig weiterreden kann ruhig weiterhin so ich allein unterhalter spielen auch eine hilfe könnte jetzt leider nicht bei mir zu gucken ist aber und noch ein skelett zwei skelette beschließen sich hier gegenseitig aber ich setze auf das mit der goldrüstung die menschen kommen man in unmöglichsten zeiten dazu mit mir reden zu wollen ja ich liebe noch gut alles gut wenn du stirbst richtig um und so ich musste mich nur mit vier skeletten einem creeper umschlagen davon hat das eine skelette sich irgendwo eine goldrüstung was ja nicht umsonst nicht ausgesucht richtig richtig profis und so aber das ist halt immer so wenn man auf eine höhe trifft ja verständlich auch wenn wir für unsere äpfelchen ja ich hoffe die sind ihren aufwand wäre ich höre ein zombie kind der von den kindern mehr angst als vor dem großen die sind ja auch sozian und scheiße ja aber das ist gerade gar nicht so schlimm ich hatte noch den vorteil dass zwei skelette auf die idee kam sich lieber gegenseitig zu beschließen ok das ist jetzt natürlich sehr intelligent gewesen von mir ich habe keine stickys dabei cool dann kannst du natürlich viel machen das heißt ich komme gleich schon mal wieder vorbei ja wenn ich jetzt hier das gold auch noch mitgenommen habe brauchen wir kohle kann ich den teil davon auch einfach liegen lassen ja ich meine wenn wir schon stickys und so weiter machen müssen also wäre kohle immer gut ich meine dass ich mich selber mitnehme mir fackeln zu machen aber ob ich jetzt jede kohleader abbauen muss oder nicht äh ne das nicht ich habe immer das prinzip du gehst in die höhle nur mit einem geringen maß an fackeln und sonst halt stickys und davon muss ich das finanzieren ja aber das passt schon jetzt lass mich da rein ich ne ok damit haben wir übrigens 16 dias schöne sache ähm gut das kann da dann weiter fließen alles klar damit haben wir eine terrasse der zweite terrasse ihr kommt dann die dritte hin so ich bin hier unten aha äh ach genau ich möchte was mich auch hart interessiert an 1.8 ist ähm die levelkosten sollen ja alles verändert worden sein ja aber ich bin schon level 28 heißt das ich könnte fast eine komplette Rüstung durchzaubern ja sicher ja also zumindest wenn es so ist wie es angekündigt wurde ja insbesondere das reparieren muss ja extrem viel günstiger geworden sein ja es war aber auch sehr teuer das reparieren von der mg stand war teurer als das verzaubern ja verzauberte diamantspitzhacke ja sobald man mehr als ein ein Achtel weg hatte brauchte man schon drei diamanten und so gefühlt 80 level ja dürften auch um die 70 gewesen sein auf der ja das ist schon krass so halt wahrscheinlich ohne hier hier ach ja wie die Höhlen jetzt aussehen mit diesen ganzen verschiedenen Gesteinsarten Ja, das ist mal was anderes, ne? Du verlierst auch nicht mehr ganz so schnell die Orientierung. Also ich hätte jetzt eh nicht so das Orientierungsproblem bei Minecraft, aber dadurch, dass du halt jetzt schöne, viele verschiedene, auch farbige, ne, Formationen hast. Ja, das ist schon gut. Johann? Typ! Ich erschrecke mich immer, wenn du dich auch erschreckst. Das war ja eine Hexe. Ja! Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, ey. Ich hör nur was laufen, denk mir. Das warst du eigentlich. Das ist nicht bewegt. Das ist so eine Hexe. Boah. Sollen wir arbeiten wie die Nacht durch, oder? Ey, ich bin unterirdisch, also für mich gibt's keinen Tag und Nacht. Ja, ich stelle einfach ein paar Fackeln auf, dann passt das hier auch. Wie lange du nicht stürzt, ist das alles gut? Ja, das wird schon. Und wieder Gold gefunden? Yeah! Eisen kommentiere ich mal nicht, wenn ich das finde, ja. Nicht? Nee, nicht. Kann ich genauso gut Kohle kommentieren. Du hast Kohle gefunden? Ach komm, Fledermaus machen, Abgang. Du störst, ne? Kann alles gar nicht sein. Nein. Ach so. Was haben wir denn da? Oh nein. Ich bin mal auf dem Arm. Oh nein. Ja, da habe ich schon so Wasser entgegenkommen und am Ende des Wassers ist ein Skelett, ne? Oha. Am Ende des Ganges. Nee, Wasser ist nicht Ganges. Obwohl das auch Wasser ist. Irgendwie. Oh, wie lecker. So, gucken wir doch mal. Da sind schon die ersten Schiecher. Aber diese Fledermäuser... Nervt einen schon, ne? So. Auf der anderen Seite muss jetzt das auch mit Wasser begleitet werden. Alter, was das für eine Höhle ist hier? Oh, Lapislazuli. Alter Schwede, wie viele Skelette hier rumtingeln. Kann man Lapislazuli nicht jetzt irgendwo führen? Ja, kann sein, dass man das jetzt zum Verzaubern braucht. So besser, dass ich es gefunden habe. Ich bin jetzt auf der anderen Seite. Oh, das ist alles gut. Okay. Okay, Leute. Aha! Ich dachte, Zombies stehen durch die Wand. Okay, dann ist alles gut. Ehhh. Auf. So. Ich habe eine kleine Lavastelle gefunden. Ich fülle mal meine Eimerchen. So, sieben Blaber Eimer habe ich jetzt. Oh. Oh, warum ist das? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. So viele... So viele Missionen. Letzt man meine Musik auf Pause stellen. Die macht mich verrückt. Die macht mich verrückt. Verrückt oder glatt-paranoid? Ich hab mir halt den Soundtrack reingezogen, aber teilweise ist das echt ein bisschen... Ey, diese Höhle hat kein Ende. Mal wieder umdrehen. Nicht, dass plötzlich ein Creeper dahinter steht. Das macht man aber auch nur, wenn man Hardcore spielt, ne? Ja. Spinnen, Leute! Ich fasse es nicht. Jetzt trennt es sich voneinander. Ist das überhaupt möglich? Ja, soweit ich weiß schon. Unfassbar. Also in Hexe nicht, aber ich glaube in Minecraft Bandela. Also in Hexe weiß ich, dass sie es nicht kommen. Okay. What the fuck?! Mit der Schaufel will der Zombie mich angreifen. Zombie Kid! Yes! Yep. Okay. Okay, dann hast du ein Scheiß-Skelett. Okay. Naja, so viel Eisen kann ich doch gar nicht abbauen in meinem Leben mehr. Naja, irgendwie musst du es machen. Ne, ich kann es sein lassen. Ich nehme Gold aber auf jeden Fall mit. Okay. Das ist mein Scheiß-Skelett. Ich kann auch mal loslassen. Ich höre das Tapsen. Aber ich höre das Tapsen. Also ich höre das Tapsen. ist kaputt wo läuft das glätten her bitte macht das ist unter mir okay habe ich die minecraft ausgeschaltet ich glaube bei mir ist sie geradeaus aus einem grund aber auch keine musik das heißt ich spiele ja zwischendurch mal gar keine ich habe gerade die bestätigung bei mir ist die an ich habe mich verirrt nein spaß ich hole dich nicht wieder raus das ist mir schon klar jetzt brauchen